Willkommen bei was für Leute, wir müssen sofort die Drohne starten. Flexi hat Megan und Wayne State Adams draußen auf dem Feld gesehen, er ist auf dem Weg zu uns. Wir müssen uns fein, Flexi hat gesagt, wir sollen losfliegen, er ist gleich da. Leute, man, Megan und Wayne State Adams, lasst jetzt mal einen fetten Like da und schreibt Drohne in die Kommentare. Drohne, wir werden jetzt sofort, Wayne State, zu Flexi, werden wir eigentlich fest. Ihr hört es schon wie windig, es ist aber Flexi hat gesagt, wir sollen keine Zeit erstellen und die Drohne starten. Er hat Wayne State Adams und Megan zusammen bei dem Fußballstadion gesehen. Wir fliegen da sofort mit der Drohne hin oder in drei. Zwei, eins, wow, da ist die Drohne, Freunde, Mann, und jetzt warten wir auf Flexi, auf geht's. Wir sind jetzt genau dahin geflogen, wo Flexi gesagt hat, und zwar zu den Fußballplätzen, schrägisch Tennisplätzen, Freunde. Und schaut euch das mal an, wie krass das ist. Alter, ich sehe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zehn, fünfzehn, siebzehn, 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 achtzehn, Tennisplätze. Wo? Alter, Mann, da könnte sie überall sein. Ich hoffe, Flexi kommt gleich. Megan und Wayne State könnten sich hier überall, oh mein Gott, verstecken da unten, ist schon jemand. Seht ihr das rechts oben bei einem Elfer? Das sind zwei Leute, vielleicht sind es schon Megan und Wednesday. Die spielen Fußball und kicken, oder? Nein, Freunde, Mann, nein, 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 das kann nicht sein, wir fliegen weiter, Mann. Hier vorne ist sogar noch ein Football-Feld, Wahnsinn. Aber Flexi hat gesagt, hier befinden sich die zwei Megan und Wednesday und deswegen fliegen wir jetzt auch hier rum, bis wir sie finden. Und ihr schreibt noch mal ganz fleißig Drohne in die Kommentare. D-R-O-H-N-E. Ich würde sagen, wir fliegen mal da vorne zu diesem Fußballplatz, denn da sind richtig viele Menschen, Leute. Und hier rechts sind noch ein Parkplätze, Mann, richtig krass. Wahnsinn, was geht hier ab, Mann, Freunde. Das ist krass, 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 krass. Ich bin gerade so hyped, dass wir Megan und Wednesday gleich sehen werden. Die zwei, weil Flexi, wenn der was sagt, dann stimmt das auch. Ihr kennt Flexi, Mann. Flexi hat noch nie Kacke gelabert, Leute. Aber da unten könnten die sich verstecken. Die könnten sich da wirklich unter den Leuten verstecken. In der Menschenmenge. Wahnsinn, Mann. Das sieht aber eher aus, als wären das Schulkinder, irgendeine Schulklasse. Die machen hier Sportfreunde. Oh mein Gott, seht ihr, Alter. Was geht hier ab? Leute, Mann, das waren gerade Puppen, Mann. Ihr habt es gesehen. Diese blaue Person da in der Ecke. Spur zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Heftig, Mann. Aber das sind nur Kinder, die Fußball spielen, Mann. Hier befinden sie sich nicht. Wir suchen weiter. Leute, Mann, seht ihr das? Da ist ein Fußballstadion. Vielleicht befinden sie sich in diesem Fußballstadion. Fliegen wir sofort zu diesem Fußballstadion. Oder doch hier links auf dieses Fußballfeld. Oder zu diesem Tennisplatz. Oh Mann, Freunde, Mann. Wo könnte Megan und Wednesday sein? Nein, ich habe so Bock, die zu sehen. Deswegen lasst euch nochmal einen fetten Like da. Und ihr sicherlich auch. Wisst ihr was? Ich nehme euch jetzt mit. Wir fliegen direkt zu diesem Fußballstadion. Richtig krass. Das sieht auch richtig heftig aus mit diesen Flutscheinwerfern und alles. Aber der Rasen, der ist leider nicht so grün wie die vom Nachbar. Ihr wisst ja, beim Nachbar ist das Gras immer grüner. Heftig, Mann. Okay. Wahnsinn. Habe ich auch noch nie gesehen. So Flutscheinwerfer von oben. Mann, habt ihr das schon mal gesehen? Wir fliegen mal ganz, ganz vorsichtig rein und schauen. Vielleicht befinden die sich ja auch in der Tribüne, unter der Tribüne. OMG, Mann. Ich kann es nicht glauben. Was? Hier ist keiner? Krass. Leute, Mann. Heftig. Heftig, 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 Mann. Aber wo könnten Wednesday und Megan sein? Oder hat Flexi Kacke gelabert? Aber das glaube ich nicht. Flexi labert nie Kacke. Ich vertraue Flexi und ihr auch. Flexi ist mein bester Freund. Ihr wisst es doch. Aber ich bin ganz aufgeregt, Mann. Hier. Okay. Hier ist sie an der Tribüne. Tribüne B. Ich sehe aber nichts, Leute, Mann. Wow. Wartet mal. Leute, guckt euch das an. Flexi ruft an. Hier ist er, Freunde. Ich habe ihn heute rechts eingebendet. Was geht, Flexi? Alles cool. Ja, hey, Kamin. Und, hast du schon was gefunden? Leider noch nicht. Ich befinde mich gerade in dem Stadion, in dem Fußballstadion. Ich habe alles abgesucht. Da war ein Spielplatz mit Kindern. Leider keine Megan. Leider keine Wednesday. Also, wo befindet sie sich, Flexi? Du hast sie ja gesehen. Wann hast du sie gesehen? Vielleicht zieht die schon weg? Vor einer halben Stunde habe ich die gesehen. Aber dann weiß ich was für dich. Ein Tipp. Du musst nachher auf jeden Fall zum Fernsehturm fliegen. Zum Fernsehturm habe ich da richtig gehört? Fernsehturm? Ja, zum Fernsehturm. Echt wichtig. Hä? Nicht, wenn ich aufgelegt habe. Weil ich muss dir was sagen. Mein Auto springt gerade nicht an. Sonst wäre ich schon längst bei dir. Ich habe mich schon gewundert, wo du bleibst. Du hast gesagt, du bist fünf bis acht Minuten da. Ist schon rum. Und du bist immer noch nicht da. Mein Auto springt nicht an. Ich sag dir. Ich bin gerade dabei, es zu fixen. Und bin danach sofort... Machen wir so. Genau. Ich fliege zum Fernsehturm. Und du meldest dich, wenn du auf dem Weg bist, wenn du das Auto repariert hast mit der Zange. Ganz genauso machen wir. Perfekt. Alles klar. Unsere Fans sind da. Du kannst auch gerne dich noch grüßen. Ich habe dich draufgeschalten. Sag mal noch kurz was zu unseren Fans. D-R-O-H-N-E. Alles klar, Flexi. Die zwei Mädels. Ich bin gespannt. Melde dich wieder. Ich fliege weiter. Die Drohne hat nicht so viel Akku. Ich muss weiterfliegen. Ciao, ciao, ciao. Mach's gut. OMG, Leute. Habt ihr es gesehen? Es war Flexi. Wir fliegen direkt weiter. Ihr habt es gehört. Flexi hat gesagt, wir sollen zu einem Fernsehturm fliegen. Bleibt noch kurz dran. Und wir fliegen zusammen hier noch das Stadion schnell ab. Vielleicht ist sie hier. Hier ist noch die andere Seite der Tribüne. Aber ich sehe niemanden. Block B. Gazi-Stadion. Nee, 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 nee. Leute, Leute, Leute. Hier ist keine Wenzel. Hier ist kein Megan. Deswegen lasst uns sofort zum Fernsehturm fliegen. Wie Flexi gesagt hat. Weil Flexi, wenn er sagt, die ist da nicht, dann ist sie beim Fernsehturm, Mann. Und ich muss mal aufpassen. Okay, ihr seht ihn schon. Ihr seht ihn schon, Leute. Der Stuttgarter Fernsehturm. Soweit ich weiß, und wenn ich mich nicht irre, der erste Fernsehturm in ganz Deutschland, Leute. Wie krass ist das, Mann. Landeshauptstadt Stuttgart. Und da fliegen wir jetzt sofort durch. Wir verschwenden keine Zeit, Mann. Was ist, wenn sie sich da oben befindet? Was ist, wenn beide sich da oben befinden und die streiten? Ihr seht schon, die Drohne gibt Vollgas. Die gibt Vollgas. Aber ihr wisst ja, Mann, der Wind ist gerade so stark, Freunde, dass ich echt Probleme habe. Meine Drohne fliegt nämlich nur 12 kmh und es hat 20 Grad Wind draußen. Aber egal, hier sind wir jetzt auf der Aussichtsplattform. Und wie heftig ist es, da oben laufen einfach Leute. Seht ihr Megan? Seht ihr, seht ihr sie? Seht ihr Wednesday? Da steht doch Wednesday. Oder? Da ist doch Wednesday, oder ist es nicht Wednesday? Da! Ihr seht sie genau in der Mitte, Mann. Das sind die beiden, oder? Wednesday und Megan. Leute, Mann, ich glaube, Flex, ihr habt ja recht. Das sind Wednesday und Megan. Aber wieso hat Megan hier so ein rotes Kleid an? Und wieso kämpfen die nicht, Mann? Das sind die nicht. Das sind die nicht. Das sind einfach irgendwelche Touristen, die die Aussicht genießen. Oh, lieber Stuttgart, Freunde. Aber der Tipp von Flexi war gerade vielleicht in dem Fernsehturm. Ihr seht das. Da sind aber irgendwelche Leute, die wir essen. Und da hat einer gerade den Stinkefinger gezeigt von den Gästen. Hä? Was geht ab, Freunde, Mann? Das kann ich mir nicht mehr antun. Wir fliegen weiter. Freunde, da sind die nicht. Außer diese Leute, die essen und... Oh, wartet mal. Flexi ruf wieder an. Was geht ab? Flexi ruf wieder an, Mann. Gut, Gamer, hast du jetzt was gefunden? Leider nicht. Ich war auf dem Fernsehturm. Ich hatte eine Vermutung, da waren zwei Mädels. Eine mit einer Blonde und eine Schwarzhaarige. Aber die hatten ein rotes Kleid an. Das waren die nicht. Und dann gab es da noch irgendeinen im Restaurant, der die Drohne angegaffst hat. Dann bin ich jetzt gerade weitergeflogen. Dann hast du angerufen. Das waren also keine Wancy, keine Megan. Okay, schade, Mann. Ich habe echt gedacht, da sind sie. Wirklich, Mann. Dann müssen wir sie ganz knapp verpasst haben. Aber Gamer, gute Nachricht. Mein Auto geht wieder. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Perfekt, echt jetzt? Ja, es funktioniert wieder. Geil, geil. Aber bitte, bitte. Wenn du sie suchst, sei vorsichtig. Ich habe noch einen Tipp für dich. Geh zu einem Tennisplatz. Okay. Da muss ein Tennisplatz auch sein. Aber ganz wichtig. Flexi, ganz kurz. Hier sind 100 Tennisplätze. Wie soll ich denn den finden, einen Tennisplatz? Das ist aus Stein. Aus Stein. Das ist selten. Es gibt selten Tennisplätze. Ja, ja. Die meisten Tennisplätze sind so rot-orange mit Sand. Aber der ist aus Stein? Aber der ist aus Stein. Okay. Das ist das wichtige Detail, was du jetzt wissen musst. Okay, alles klar. Dann fliege ich da jetzt direkt hin, Flexi. Aber sag mir mal ganz kurz, wann bist du da ungefähr, damit ich es planen kann? Ich hoffe, dass ich in ein paar Minuten da bin. Es hat alles geklappt. Ich bin schon auf dem Weg. Also, ich habe noch genau 25 Minuten Akku bei der Drohne, aber davor bist du locker da, oder? Nein, da bin ich da. Aber bitte sei vorsichtig. Lass die Drohne auf keinen Fall zu nah anfliegen, wenn du sie endet. Alles klar. Mach ich, Flexi. Perfekt. Ich fliege sofort zu diesem Tennisplatz mit Stein. Lasst mir einen Daumen da, Leute. Lasst mir einen Daumen für Cayman da und die Drohne. Alles klar. Also, machen wir es, Flexi. Bis dann, gell? Ciao. Ihr habt Flexi gehört, wir sollen zu einem Tennisplatz mit Stein fliegen. Und ich habe da vorne schon einen gesehen. Und da bin ich jetzt auch gerade angekommen. Hier seht ihr ihn. Aber da ist keine Wednesday, Mann. Hier sieht es aber ein bisschen gruseliger aus irgendwie. Alles. Wow. 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 Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Das ist doch Megan, oder? Ich fliege weiter vor, Freunde. Ich fliege weiter vor, damit ihr eine gute Sicht habt auf sie. Das ist... Sie versteckt sich, Mann. Sie versteckt sich unter den Bäumen, Freunde. Aber ihr habt es gesehen. Da läuft... Oh, jetzt, 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 jetzt. Ihr seht es. Alter. Flexi, Mann. Komm unbedingt. Flexi, wo bist du? Wir haben sie. Wir haben Megan. Wir haben Megan. Wahnsinn. Das ist Megan, Freunde. Wir haben sie. Flexi hatte recht. Lass uns mal einen fetten Like da. Krass. Die ist hier auf dem Spielplatz. Aber wisst ihr was? Aus der Höhe können wir sie gut beobachten, ohne dass sie uns bemerkt. Und ich würde sagen, wir fliegen mal ganz, ganz nah ran, wenn ich will wissen, ob es auch wirklich die echte Megan ist. Aber das Outfit, das sandfarbene Outfit, Mann, das sieht schon mal richtig gut aus. Die blonden Haare. Ja, das ist sie. Das ist sie eindeutig. Krass. Doch, schaut sie euch an. Das ist Megan. Wahnsinn, Leute. Was macht die da? Warum schockelt die ganz alleine? Wieso schaukelt Megan wieder ganz alleine wie Wednesday? Adams, das ergibt doch gar keinen Sinn. Hä? Warte mal. Krass. Ich denke, die hat mich bemerkt, weil die sich so gerade umgeguckt hat, links, rechts. Ich glaube nicht, oder? Jo, ist der langweilig. Guckt mal. Die schuckt die Schaukel an, ohne dass jemand drin sitzt. Der muss richtig langweilig sein. Ich glaube es nicht. Krass. Krass. Wir verfolgen die jetzt weiter, Mann. Zum Glück habe ich euch am Start und Flexi kommt gleich. Wir haben die ganze Was-Wir-Arme hier. Das ist einfach der Hammer. Tausend, tausend Dank, dass ihr uns in den Videos guckt und uns unterstützt. Deswegen fliegen wir hier auch und riskieren unsere Drohne und suchen immer die neuesten Charaktere. In diesem Fall Wednesday und Megan. Krass. Und da schaukelt sie. Heftig, 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 heftig. Leute, 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 was geht hier ab? Krass. Wartet mal, Freunde. Wartet mal, seht ihr das? Guckt mal, guckt mal, Leute. Das ist doch Wednesday, oder? Wir haben jetzt Wednesday und Megan. Flexi hat sowas von recht. Das ist ja Wahnsinn. Ich fliege näher. Ich muss näher ran. Und beide schaukeln? Was geht hier ab? Alter, schaut es euch an. Megan geht viel krasser ab. Und Wednesday kann nicht schaukeln, als würde Wednesday nicht schaukeln können. Und Megan kann es einfach. Das ist ja Wahnsinn. Krass. Ich muss unbedingt Flexi anrufen. Ich muss unbedingt Flexi anrufen. Flexi, Flexi, bitte. Flexi, bitte geh ran. Flexi. Bitte geh ran. Oh mein Gott. Flexi, warum gehst du nicht ran? Heb ab, Flexi. Wir haben beide. Wir haben beide. Mann, Leute, Flexi geht nicht ran. Was soll ich machen? Denkt ihr, Flexi ist was zugestoßen? Oder warum geht Flexi nicht ran? Oder weil er gerade Auto fährt? Oh Mann, wenn Flexi das zählt, würde er sowas von ausflippen. Wie krass ist das? Das ist eine Sensation. Beide, Megan und Wednesday, auf einer Tonaufnahme beim Schaukeln. Ich kann es selber nicht fassen. Alter. Guckt mal, Wednesday, die dreht komplett durch. Die dreht, die schaukelt ja verrückt. Und Megan? Wow, was machen die zwei jetzt? Wow. Die wollen tanzen. Die tanzen. Die tanzen beide, Mann. Megan tanzt hier. Megan danzt und Wednesday tanzt. Die Wednesday danzt. Aber völlig loko. Komplett falsch. Heftig, Mann. Flexi, ich muss nochmal Flexi anrufen nebenher. Was geht hier ab? Warum geht Flexi nicht ran, Mann? Nicht, dass Flexi was zugestoßen ist. Oh mein Gott. Flexi, bitte hebt doch ab. Ihr seht es. Es klingelt. Flexi, Mann. Heftig. Alter, Mann. Die machen eine Tanzbattle, Flexi. Komm, geh ran einfach. Flexi wird schon zurückrufen, wenn er es sieht, dass ich angerufen habe. Krass, Alter. Wer findet kein besser Tanzen? Was meint ihr? Kann Wednesday besser tanzen oder Megan? Also ich muss zugeben, ich finde gerade hier Wednesday ticken angenehmer als Megan. Weil Megan ist hier diese Puppe aus diesem Horrorfilm. Mit dem, ah. Guckt es euch am besten nicht an. Das ist viel zu gruselig, Freunde. Krass, Mann. Und wir haben beide hier auf Kamera. Ey, Wahnsinn. Guckt es euch an. Das ist ein heftiges Dancebattle. Das ist Megan versus Wednesday Adams. Oder Wednesday Adams versus Megan. Also M3 Garn. Heftig. Weißt du was? Ich fliege mal ein bisschen hier rum. Vielleicht haben wir da einen besseren Blick auf sie. Okay. Wow. Was geht denn jetzt an? Leute. Megan verfolgt Wednesday. Megan rennt Wednesday hin und Wednesday rennt weg. Und jetzt greift Megan Wednesday an. Wie ich es euch gesagt habe. Megan ist verrückt. Oh mein Gott. Jetzt schreiten die zwei. Megan und Wednesday wehrt sich. Aber Megan, das geht alles von Megan aus. Oh mein Gott. Das ist heftig, Mann. Guckt euch das an. Das sind ja einzigartige Aufnahmen. So was findet ihr nur hier bei WasWir. So was gibt es auf keinem anderen YouTube-Kanal. Krass, Alter. Die kämpfen. Megan versus Wednesday. Adams, Adams. Ha, ha, ha. Heftig. Alter. Warum aus dem Nichts? Ich verstehe es nicht. Warum? Warum? Die haben doch gerade noch gespielt, dann geschaukelt, getanzt. Ey. Das ist viel zu krass. Das ist viel zu heftig, Freunde. Alter. Wisst ihr, was das Gute ist? Leute, man. Wisst ihr, was richtig krass ist? Leute, solange die zwei da kämpfen, fahren wir hin. Und dann beobachten wir sie live, man. In real life. Und dann greifen wir ein. Wir schnappen uns eine von beiden. Was solltet ihr davon, Leute? Wir fahren jetzt sofort hin. Und ich weiß, und ich weiß, und ich weiß, ich weiß, du liest mich auch, yeah. Ja, ich weiß, ja, ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß es ganz genau, yeah. Und ich weiß, und ich weiß, und ich weiß, ich weiß, du liest mich auch, yeah. Ja, ich weiß, ja, ich weiß, ja, ich weiß, ich weiß es ganz genau, yeah.